Trikonasana, das Dreieck. Ausgangsposition ist Tadasana, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier gib die Beine nach außen, sodass die Füße etwa 1,20 Meter weit auseinander sind. Richte den Brustkorb auf. Beim Einatmen hebe den rechten Arm hoch und gib den Arm ans Ohr. Dann beuge dich nach links, ohne dich zu verdrehen. Gib dabei die linke Hand so weit nach unten, wie es notwendig ist und wie es ausreicht, damit du dich nicht drehst. Spüre dabei die Dehnung in der Hüfte, in den Rippen und in der Schulter. Atme tief ein und aus. Dieses Asana hilft der Seitdrehung, entwickelt die Seitflexibilität, ist gut für die Wirbelsäule, eine sanfte Massage für die Bauchorgane. Sie hilft auch, Pingala-Nadi zu öffnen und wenn du zur anderen Seite kommst, Ida-Nadi zu öffnen. Dieses Asana hilft auch, das Prana von den unteren Chakras nach oben zu bringen. Von Trikonasana gibt es sehr viele Variationen. Auf wiki.yoga-vidya.de findest du viele verschiedene Variationen. Nach Trikonasana kommt die Tiefenentspannung. Trikonasana ist in der Yoga-Vidya-Grundreihe das letzte der zwölf Asanas. Ja. Auf wiki.yoga-in-leihe das letzte der letzten Zeit.